Wenn du auf der Suche nach einem neuen Stabmixer bist, dann bist du hier genau richtig. Heute stelle ich dir 5 hervorragende Modelle vor, die sich in puncto Leistung, Handhabung und Vielseitigkeit auszeichnen. Jeder dieser Stabmixer bringt spezielle Eigenschaften mit sich, die deine kulinarischen Aufgaben nicht nur erleichtern, sondern auch effizienter gestalten. Schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Infos über die Links in der Videobeschreibung an. Beginnen wir mit dem Arendo Stabmixer. Dieser Mixer punktet vor allem mit seinem leistungsstarken Motor und der robusten Verarbeitung. Der Arendo Stabmixer ist mit einer 1000 Watt Motorleistung ausgestattet, die dafür sorgt, dass selbst harte Zutaten wie Nüsse und gefrorenes Obst mühelos zerkleinert werden können. Ein weiteres Highlight ist sein ergonomischer Griff, der auch bei längerem Einsatz gut in der Hand liegt. Dank der variablen Geschwindigkeitsstufen kannst du die Intensität genau an die zu verarbeitenden Lebensmittel anpassen. Besonders praktisch ist der Spritzschutz, der verhindert, dass deine Küche beim Mixen verschmutzt wird. Ob für Smoothies, Suppen oder Babybrei, der Arendo Stabmixer liefert dir immer perfekte Ergebnisse. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Der nächste Stabmixer, den ich dir vorstellen möchte, ist der Bosch Ergomix. Bosch ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung und langlebige Technik und der Ergomix enttäuscht da nicht. Mit einer Motorleistung von 800 Watt bietet er genug Power für die tägliche Küchenarbeit. Die spezielle Quattro-Blade-Technologie sorgt dafür, dass die Zutaten gleichmäßig und schnell zerkleinert werden. Besonders vorteilhaft ist das leichte Gewicht dieses Mixers, was die Handhabung noch komfortabler macht. Zudem besitzt er eine Turbo-Funktion, mit der du in Sekundenschnelle maximale Leistung abrufen kannst. Der Bosch Ergomix ist perfekt für all diejenigen, die Wert auf zuverlässige Performance und einfache Bedienung legen. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als drittes Modell haben wir den Philips 5000 Serie Stabmixer. Philips steht für moderne Technik und innovative Features. Und genau das findest du bei diesem Stabmixer. Ausgestattet mit einem 800 Watt Motor ist er stark genug, um selbst dickflüssige Teige oder härtere Zutaten zu verarbeiten. Das besondere Merkmal dieses Mixers ist das spezielle ProMix-Mischtechnologie-Design, das für eine optimale Zirkulation der Zutaten und gleichmäßiges Mixen sorgt. Dazu kommt, dass er über ein ergonomisch geformtes Griffdesign verfügt, das dir selbst bei längerem Einsatz sicheren Halt bietet. Mit der variablen Geschwindigkeitsregelung kannst du ganz einfach die gewünschte Konsistenz erzielen und das mühelose Wechseln der Aufsätze ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in deiner Küche. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Der Braun MultiQuick 5 Pro ist der nächste in unserer Reihe. Was diesen Stabmixer besonders macht, ist seine einzigartige Active Blade Technologie. Diese Innovation sorgt dafür, dass sich die Klinge vertikal bewegt und so noch effizienter und feiner püriert. Mit einem 1200 Watt Motor ist der MultiQuick 5 Pro einer der leistungsstärksten Stabmixer auf dem Markt. Trotz seiner enormen Leistung bleibt er angenehm leise im Betrieb. Ein weiteres Highlight ist der einfache Wechsel der Zubehörteile dank des Easy-Click-Systems, wodurch du in Sekundenschnelle zwischen verschiedenen Aufsätzen wechseln kannst. Das ist besonders praktisch, wenn du schnell zwischen verschiedenen Rezepten hin und her wechseln musst. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Zum Schluss haben wir noch den ESGE Zauberstab P200. Der Name Zauberstab ist hier wirklich Programm, denn dieser Mixer begeistert durch seine einfache Bedienung und Langlebigkeit. Mit einer Leistung von 200 Watt mag er auf den ersten Blick nicht so stark wirken wie die anderen Modelle, doch seine spezielle Konstruktion macht ihn trotzdem enorm effektiv. Die zweistufige Schaltung und das patentierte Edelstahlmesser garantieren, dass du bei jeder Anwendung saubere Ergebnisse erzielst, sei es beim Schlagen, Mixen oder Pürieren. Besonders für Soßen und feine Suppen ist der Zauberstab P200 ideal geeignet und durch seine kompakte Bauweise passt er in jede Küche und ist schnell einsatzbereit. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.